Liebe Zuschauer, wir gucken uns jetzt das Video TikToker belästigt Meme-Kinder von Klingern an. Da sind wir jetzt mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier kommt. Vielleicht kennt ihr diesen Jungen hier. Oder zum Beispiel den hier. Ich möchte Bauarbeit erwähnen. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal von dem hier was gesehen. Er wird Handy frei erzogen, Fernseh frei erzogen, Süßigkeiten frei erzogen. Alle diese Kinder. Der Arme. Der Arme. Wie hieß gleich nochmal der Junge? Es ist traurig. Kinder haben eins gemeinsam. Karl Julius. Ja, ja, Karl Julius. Stimmt. Oder Kai Julius. Nee, Kai war's glaube ich. Kinder sind zu Memes geworden mit Millionen von Aufrufen. Alle diese Videos werden geteilt, verbreitet und benutzt, um damit noch viel mehr lustige Videos und Memes zu machen. Und manchmal sieht man das und fragt sich, was ist eigentlich aus diesen Kindern geworden? Genau diese Frage hat sich auch der TikToker bei SAP oder Bicep gestellt und versucht, das zu beantworten. Allerdings auf einem eher schwierigen Weg. Denn diese Kinder stehen nicht in der Öffentlichkeit. Es gibt nichts, wo man Bicep? Der hat auch YouTube-Videos gemacht, oder? Da haben wir schon mal drauf reagiert. Oder beziehungsweise so, der hat das auch Celtics-Style gemacht. Wait, hä? Bicep folgt... Ich hab gestern oder vorgestern, guck ich so auf Instagram, da ist er mir, glaube ich, gefolgt auf Instagram. Da dachte ich mir, der Name sagt mir irgendwas. Hab ich schon mal gehört. Dann hab ich geguckt. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das ist der. Ja, und jetzt geht's über ihn. Lol. Was ist denn da los? Jetzt bin ich gespannt. Wo man einfach so nachgucken konnte, was aus denen geworden ist. Kein YouTube-Kanal, kein Instagram-Account, nichts. Es gibt nur von jedem dieses eine Video, was irgendwann mal in der Vergangenheit in ganz Deutschland viral gegangen ist. Aber Kilian, wie der TikToker heißt, hat ja über TikTok eine große Community. Und da ist ja vielleicht einer dabei, der einen kennt, der einen kennt. Und so hat er dann das hier gesagt. Also lass uns dieses Video viral machen, um diese Leute irgendwie zu finden, ob die Informationen... Und ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich finde das eine ganz, ganz schwierige Aussage. Leute wie er oder auch ich haben uns ja aktiv dazu entschieden, Videos ins Internet hochzuladen. Wir sind erwachsen, wir haben uns das gut überlegt und wir haben das selber für uns entschieden. Aber bei Leuten, die durch Zufall zum Meme geworden sind, kann dieser Wunsch, im Internet stattzufinden, ja auch einfach nicht da sein. Vielleicht möchte man ja auch einfach gar kein Meme sein. Zumal man ja auch schon oft gesehen hat, dass es Menschen zerstört. Da war doch auch der Angry Guy-Typ, der so diese Tastatur kaputt gemacht hat. Der hat eigentlich diese Tastatur, hat er nicht, weil er wütend war, kaputt gemacht. Kam ja im Nachhinein jetzt raus, hat er ja auch erzählt. Er hat so Comedy-Videos sozusagen gedreht und hat dann die Tastatur so kaputt gemacht. Und das Ganze wurde trotzdem, ist einfach so viral gegangen. Am Anfang hat er es gefeiert, danach war nur noch grauenvoll für ihn. Und das kann einem sowas von zum Verhängnis werden. Also schwierige Nummer. Hä, einfach nicht Fame sein wollen. Vielleicht möchte man einfach nur weiterhin anonym sein Leben leben, ohne ständig darauf angesprochen zu werden. Na, sag mal, bist du schon Bauarbeiter geworden? Hä? Ah, guck mal, hier ist doch deine Haltestelle. Musst du da nicht raus? Ich bin mir sicher, dass diese Leute das im Freundeskreis oft genug hören mussten bisher in ihrem Leben. Jetzt aber fremde Menschen im Internet dazu auffordern, eine Privatperson in ganz Deutschland zu suchen und zu finden, schwierig. Klar, der Grund ist natürlich witzig. Es ist ein Meme, ha, ha, wir lachen alle drüber. Und natürlich helfen die Leute auch gerne mit im Internet. Ja, hier, ich, äh, kenne doch einen in der Parallelklasse von dem Cousin meines Bruders. Ja, stimmt. Ich werde es am besten diesen random Typen hier auf TikTok öffentlich schreiben in die Kommentare, dass es jeder sehen kann. Er kommt aus und ich habe sein Einschulungsfoto gefunden. Hast du für mich mehr Infos, wie ich ihn finden kann? Schreib mir auf Insta. Was? Zum F***, Bruder? Einfach private Daten ohne Einwilligung an fremde Menschen im Internet weitergeben. Ja. Oh, ganz problematisch. Ganz, ganz, ganz problematisch. Also, ich glaube tatsächlich, dass es dieser Bicep nicht, nicht gecheckt hat, wie problematisch das ist. Ich, ich glaube, er hat es nicht gecheckt. Ich glaube, der dachte, das ist eine smarte Idee. Ich glaube, es war auch kein böser, kein böser Hintergedanken, das zu machen. Aber, die Konsequenzen können riesig sein, wenn jetzt irgendwelche privaten Infos einfach in die Kommentare geschrieben werden, komplett ungefiltert. und dann auf einmal steht da die Adresse, steht deine Schule, steht der Wohnort, was weiß ich, steht halt überall in den Kommentaren. So, und alle wissen, wo du wohnst plötzlich. Ist wirklich eine super Aktion. Hat der Junge bestimmt richtig Bock drauf, dass alle sein Einschulungsfoto sehen. Der Datenschutz wird da wirklich ganz klein geschrieben. Und da ist es egal, ob das ein berühmter YouTuber oder ein Meme oder irgendeine Person ist. Das ist immer scheiße. Die ganze Aktion, jemanden zu suchen und zu finden, könnte ja auch einfach einen nicht so spaßigen Grund haben. Wenn dir jemand was antun möchte, aber du weißt nicht, ah, wo ist die Person denn? Einfach mal im Internet nachfragen, irgendwer wird schon irgendwen kennen, ne? Ach, guck mal hier, XXArschpirat69 hat uns die Geburtsurkunde zugeschickt. Nett von ihm. Vielleicht möchten diese Menschen ja überhaupt nicht, dass fremde Menschen aus dem Internet in ihr Leben eindringen. Stellt euch vor, ihr lebt euer Leben einfach so. Ja, ihr lebt so ein bisschen vor euch hin. Und plötzlich erzählen Leute aus eurem Umfeld, vielleicht kennt ihr die nicht direkt, aber irgendwie so über fünf Ecken, Leuten im Internet, der Öffentlichkeit, private Infos von euch. Wie ihr heißt, wo ihr wohnt, auf welche Schule ihr geht. Ungefragt. Es geht gar nicht. Ohne, dass man das selber möchte oder was dagegen tun kann. Wie so eine moderne Kopfgeldjagd. Ja, und der Preis ist gar nichts. Also außer natürlich der Typ, der die Aktion gestartet hat. Der bekommt natürlich Klicks und Aufmerksamkeit. Ja, hallo Black Mirror. Ja, ich hätte noch eine Idee für eine neue Folge. Ich mache halt gern verrücktes Zeug. Und wie gesagt, das Problem bei solchen Aktionen, du kannst nichts dagegen tun. Da entscheidet irgendwer im Internet, ja Deutschland, sucht mal den hier. Und du kannst das nicht kontrollieren oder stoppen oder sonst was. Und wenn ihr jetzt sagt, ah Timon, du siehst das immer so eng und so negativ, warum denn? Diese Community hat tatsächlich wen gefunden. Also sagt er zumindest, er hat jetzt keinen Beweis dafür gezeigt, aber ich glaube ihm jetzt einfach mal. Nämlich den Jungen, der Bauarbeiter werden wollte. Da muss man nicht schreiben können. Und, naja, naja. Ich möchte Bauarbeiterjunge werden, hat sich gemeldet und ist sauer. Ja, die Aktion kam wohl nicht so cool an bei ihm. Komisch. Wie, du möchtest nicht deutschlandweite Bekanntheit, weil irgendein Typ im Internet mit dir Klicks machen möchte. Ich verstehe das. Er war acht Jahre alt und hat irgendeinen Quatsch gelabert. Du möchtest halt nicht dein ganzes Leben lang auf dieses eine Video reduziert werden. Ich kann natürlich nicht für ihn reden, aber es gibt einige Leute, die... Ich glaube auch nicht, dass der acht Jahre alt war, oder? Also ich dachte, er ist jetzt so fünf oder sechs Jahre. Möchtest du Bauarbeiter... No, bei, nee, er kann acht Jahre sein. Genau das Gleiche erlebt. Oh, ja, geht schon. ...haben, die mit einem Video irgendwie viral geworden sind. Und du kannst es einfach irgendwann nicht mehr hören. Auf jeder Hausparty, in jeder Beziehung, bei jedem neuen Menschen, den du irgendwie triffst. Ah, guck mal, ja, das ist doch der, der mit dem einen Video, ne, hier, so und so. Immer und immer und immer wieder. Und es gab solche Fälle schon in der Öffentlichkeit, auch in Deutschland. Manche kennen von euch vielleicht noch den hier, das Angry German Kid. Ich will Angry Tornemons spielen! Auch der ist vor einigen Jahren... Warum lehnt das? ...als Kind über Nacht zum Meme geworden und war plötzlich überall bekannt. Und auch er konnte irgendwann einfach nicht mehr damit umgehen. Er hatte irgendwann keine Kontrolle mehr, was mit diesem Video überhaupt passiert und das Ding ist weltweit viral gegangen. Und er wurde immer und immer und immer wieder für dieses Video stigmatisiert, beleidigt, gemobbt. Und in seinem Fall war das wohl auch noch extremer, weil er halt in dem Video auch so einen weirden Charakter spielt. Und die Leute dachten, er wäre halt wirklich so weird. Und dabei, man mag es kaum glauben, steckt dahinter einfach ein ganz normaler, privater Mensch. Der Typ heißt eigentlich Norman, das Format Zapp hat vor einiger Zeit ein ganzes Video über den gemacht. Und da merkt man erstmal, wie er eigentlich darunter gelitten hat. immer wieder darauf reduziert zu werden. Die kamen zu mir hin mit dem Handy, haben das direkt vor mein Gesicht gehalten, haben Fotos geschossen. Ich habe denen das aus der Hand geschlagen, gefragt, was soll denn der Mist? Und wenn Leute nur mal einen kleinen Witz gemacht haben, ich habe direkt so Herzrasen und hyperventiliert. Ja, ich konnte nicht damit umgehen, emotional. Ich wollte nicht mehr dieser Junge sein. Ich habe mir gewünscht, ich hätte diese Videos niemals hochgeladen. Überall, wo du hingehst, erkannt zu werden, selbst wenn du das nicht möchtest. Und man merkt, wie sehr er darunter gelitten hat und wie sehr ihn das geprägt hat, immer noch holzt. Ich weiß nicht, ob ihr das angeschaut habt. Ich habe mir das angeguckt, aber privat, ich habe es nicht im Stream angeguckt. Ich habe mir das angeguckt, super spannend, kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr mal Zeit habt oder so, gönnt euch das Video. Das ist krass, was er durchlebt hat, was er dann für eine, was er auch für eine heftige Zeit durchgemacht hat, aufgrund dieser wirklich belastenden Situation. Er wollte einfach nur ein Video drehen, ein bisschen Spaß haben, weil seine Eltern sind gerade losgefahren. Dann hat er gesagt, jo, ich nehme jetzt das Video auf. Hat dann einfach so, hat das halt so gespielt. Das hat er wirklich gespielt. Und dann ging das weltweit viral. Der konnte es auch nicht mehr stoppen. Das war es dann. Also was das auslösen kann, ist echt krass. Deswegen sage ich auch immer, 13, 14, vielleicht auch 15-Jährige, die haben auf YouTube, die sollten sich nicht zeigen vor der Kamera. Die sollten es einfach nicht machen. Die sollten noch nicht streamen, die sollten noch nicht YouTube machen. Ich kenne es selber. Ich habe auch damals YouTube gemacht. Da habe ich mich ab und an auch gezeigt gehabt. Das ist einfach cringe. Wenn du jetzt zurückblickst und du weißt, du hast mit 13 Jahren da Videos gemacht, mit 14 Jahren, dann wirst du dich so todesfremd schämen. Und ich glaube, jeder andere auch, weil du machst normalerweise mit 13, 14 Jahren, das sind deine Anfänge. Du hast da noch nicht die Qualität. Du weißt noch nicht, wie spreche ich relativ reflektiert, sodass es unproblematisch ist und so weiter. Das kannst du vergessen, dass du das mit 13, 14 schaffst. Wenn ich so die Generation angucke, mit 13, 14, wie die sich teilweise verhalten und was deren Ansichten sind. Ey, die altern ja alle noch und entwickeln sich noch. Alles gut. Aber das ist teilweise so, da wird alles ungefiltert, einfach nur irgendwie rausgelassen, was man mal aufgeschnappt hat. Das kann sonst wie problematisch sein und das kann ihnen immer auf die Füße fallen. Und deswegen würde ich persönlich das für besser empfinden, dass man vielleicht sagt, ey, ab 16 Jahren kannst du YouTube, kannst du Twitch und alles mögliche machen. Kannst du streamen. Aber davor, ich glaube, bist du einfach wirklich noch zu unerfahren. So war es bei mir genauso. Ich bin ja auch viel zu unerfahren in dieser Zeit gewesen. Also mittlerweile, ich kenne die Gefahren. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ich jetzt Mist erzähle, dass ich daraufhin einen Shitstorm kassieren kann, dass ich kritisiert werden kann von allen Seiten, dass Leute mir irgendwelche Drohungen schreiben, bla, bla, bla. So, das habe ich ja auch schon durch. Also ist jetzt nicht so, dass ich das noch nie bekommen habe. Aber wie sollte ein 15-Jähriger damit umgehen? Oder ein 14-Jähriger? Der hat ja gar keine Ahnung. Wenn da irgendjemand schreibt, ey, yo, hier, ich bin morgen bei dir und dann gibt es auch die Fresse. Na, wie fühlt sich denn dann ein 14-Jähriger? Bestimmt nicht cool. Bestimmt noch nicht nice. Ähm, der hat Angst, könnte familiäre Probleme bekommen, kann auch in der Öffentlichkeit Probleme bekommen. Das ist, äh, das wird komplett unterschätzt. Wirklich komplett unterschätzt. Ne? Ältere können das ein bisschen besser einordnen. Aber Jüngere, äh, ganz, ganz schwierig. In dem Fall war das nochmal ein bisschen anders, weil er das Video ja selber aufgenommen und gedreht und hochgeladen beziehungsweise an jemanden geschickt hat, absichtlich. In dem Fall von dem Bauarbeiterkind war das auch nochmal was anderes. Und tatsächlich hatte mir geschrieben, dass das Video damals ohne Erlaubnis von Ihnen hochgeladen wurde. Ja, natürlich fragen Eltern nicht ihr 8-jähriges Kind, ob sie das ins Internet hochladen dürfen. In dem Alter versteht man ja auch überhaupt nicht, was das eigentlich für Auswirkungen hätte. Aber das ist halt ein weiteres beschissenes Problem bei der ganzen Sache. Die Leute sind berühmt geworden, ohne dass sie das überhaupt wollten. Auch der Junge im Bus wurde ja nicht gefilmt und das veröffentlicht, weil er das so toll fand. Sondern weil das einer gesehen hat, witzig fand und einfach die Kamera drauf gehalten hat. Der hatte bei dieser Sache kein Mitspracherecht. Und das ist genau das, was auch bei den Chindaois kritisiert wird, filmt nicht bei jeder Situation das Kind, auch bei jeder peinlichen Situation, weil genau sowas passieren kann. Aber das checken die ja nicht, ja? Oder die Leute, die permanent das Kind vor die Kamera zähren. Das checken die nicht und das ist für mich unverständlich. Hat sich das nicht ausgesucht? Ich hatte echt überlegt, ob ich die Videos hier überhaupt zeigen soll. Ich glaube, die sind aber mittlerweile schon so bekannt und so weit verbreitet, dass das für den Kontext hier wenigsten Sinn macht, die auch nochmal zu zeigen. Wer aber vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, vor allen Dingen bei dem Bauarbeiterkind, sind die Eltern. Du solltest ja dein Kind davor schützen. Stattdessen sorgt man halt dafür, dass man es filmt, ins Internet hochlädt und das Kind sein ganzes Leben lang dadurch geprägt ist. Ich denke nicht, dass die Eltern damit damals gerechnet haben. Aber hey, wir sind hier im Internet. Hier ist wirklich alles möglich. Und ich kann mir das Gleiche auch sehr gut bei Kai Julius vorstellen. Seine Eltern treten ja in dem gesamten Bericht von Spiegel TV sehr absurd und ungewöhnlich auf. Falls er das alles da jemals zu sehen bekommt, wird er das, glaube ich, auch selber merken, dass das ein bisschen anders ist, als andere Eltern. Ob man dann damit, mit diesem Background, in der Öffentlichkeit stehen möchte, ich weiß ja nicht. Oder ob einem das komplett unangenehm ist und man nie wieder was damit zu tun haben möchte. Vielleicht sollte man Kinder deshalb generell nicht im Internet zeigen, weil sie halt kein Mitspracherecht haben und das später vielleicht richtig, richtig scheiße finden. Und so wie damals das Interesse der Kinder nicht respektiert wurde, wird jetzt offensichtlich bei dieser Aktion ihr Privatleben überhaupt nicht respektiert. Ja komm, such die doch mal irgendwie. Jawohl, vier Millionen Klicks, läuft! Wie gesagt, ich verstehe, dass die Idee auf den ersten Blick auf dem Papier ganz witzig klingt. Dass man sagt, ja man, wäre wirklich cool zu wissen. Aber wie gesagt, man vergisst komplett, dass dahinter Menschen stecken, die das vielleicht gar nicht wollen. Und nochmal, Menschen aufzurufen, private Informationen über einen Menschen im Internet. Ja, also Kinder-Content ohnehin das letzte Jahr. Ja, 100 Prozent. Guck mal, wie viele Kinder heutzutage schon YouTube nutzen, gucken, was Farce ist. Da muss bloß ein großer YouTuber ein Video aufschnappen, das in sein Video packen, als Meme, als was, nicht mal böse gemeint, einfach nur aus Spaß reinpacken. Macht ein Video dazu und irgendjemand zieht das dann von den Kindern und zieht dann das Kind die ganze Zeit mit auf. Also, so schnell kann es gehen. Oder irgendjemand postet das random, das geht viral, das geht auch alles so schnell. Deswegen einfach gar nicht erst diesen Content posten und fertig ist. Das ist einfach nicht wert. ...zuteilen? Keine gute Idee. Und als Deutscher würde ich fast sagen, das ist nicht DSGVO-konform. Aber solange man so eine Aktion startet, wird man mit genug Reichweite immer wen finden, der was dazu sagen möchte. Der bereit ist, Informationen von anderen einfach so weiterzugeben. Was willst du machen, wenn dich das ganze Internet plötzlich sucht? Wenn so ein Video plötzlich fünf, sechs, sieben, acht Millionen Aufrufe bekommt. Gute Frage? Ich hab darauf keine Antwort. Weiß ich nicht, was wir dann machen. Ob das irgendwann strafbar wird? Aus meinem Empfinden sollte das jetzt schon nicht erlaubt sein, einfach Einschulungsfotos von fremden Menschen im Internet zu teilen. Bei wem man sehen kann, bei diesen Fällen, kann das jedem passieren. Du stehst im Bus, wirst random gefilmt, dein Video geht millionenfach viral und Leute suchen dich. Und wenn die Leute, die gefunden werden, das selber scheiße finden, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache. Sagt ihr auch, wow, das ist echt weird oder sagt ihr, ja, irgendwie, also, ich kenn da auch wen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank, wenn ihr dieses Video hier bewertet und diesen Kanal abonniert. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, sehr gutes Video von ClayGarn. Top. Ganz fein gemacht. Ganz, ist wirklich ein gutes Video geworden. Auch ein, äh, cooles Thema. Äh, zwar ein ernstes Thema, aber wichtiges Thema. Ja? Sehr, sehr coole Sache. Ja, sehr coole Sache. Ja, sehr coole Sache. Vielen Dank.